Ah, Goomba-Feuer-Entertainment. Fick dich. Ich lerne nicht dazu. Ähm, warte, der erste ist safe. Wieso springst du nicht auf den ersten? So, der ist safe. Der ist auch safe. Ähm, sind das nur die Goombas, vor denen ich mich in Acht nehmen? Aber das kann man schaffen, wenn man es schnell macht. Das war ein bisschen zu schnell. Ähm, los, los, los. Ach, scheiße. Los, los. Los, los. Hooray. Los, los. Halt, 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 halt. So, drüber. Drüber, 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 drüber. Ah, ah, okay. Ich weiß, die Platte, da kommt jetzt eine Platte gleich. So, nochmal. Was? Ich hab... Was? Ich wollte mich doch bewegen. Oh, Spiel. Fick dich. So. Nein, 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 nein. So. Hier, hier, hier. Oh, 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 okay. Der kommt, der kommt. Und. Ja. Was? Ähm. Okay, gut. Das zählt aber. Gucken wir, was da ist. Nuscht. Gut. Ich wette, die fliegen nach oben und so einen Scheiß. Das war easy. Lass dich nicht von dem Spiel verarschen, Alex. Lass dich nicht von dem Spiel verarschen. Hm. Ähm. Halt, 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 halt. Oh. Ich wollte schon sagen, wieso man das... Was? Oh, 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 oh. Hä? Hä? Gah. So, der hier war, glaube ich, irgendwie safe. Hier. Nach da springen. So, da kommt jetzt ein Block. Wo ist der Block? Da ist der Block. Ähm. Muss ich jetzt rund? Ja. Wow. Okay. Kommen die Stacheln von oben oder unten? Sieht aus, als würden sie von oben kommen. Ja, sie kommen von oben. Ich wollte es nur nochmal sicherstellen. Ja, also langsam muss man wirklich mit dem Spiel denken. Wo ist der Block? Da ist der Block. Okay. Okay, von unten. Ich schätze auf dem ersten... Oh, oh, oh. Boah. Hm. Aha. Der Block. Der Block, der Block, der Block. Äh, das tötet mich. Ich wette, wenn ich auf den ersten Block springe, tötet es mich. Das heißt, ich springe jetzt... Oh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich... ...habe... ...habe... ...äh... ...äh... ...damit gerechnet, dass... ...dass... ...moment... ...hier... 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 Ich habe damit gerechnet, dass... So, ich habe damit gerechnet, dass auf diesem hier Stacheln sind, dass ich da unten hin muss und... Wehe, 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 nein, 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 nein. Es war klar, es, es war klar. Was? Was? Hä? Da hatte ich doch sonst keine Probleme. Kleiner Sprung. So, das muss jetzt da hin. Was? Moment, auf beiden sind Stacheln. Wie soll ich denn da weiterkommen? Hä, das Spiel macht aber jetzt keine so scheiße, dass sie da nicht weiterkommen, oder? Naja, kann ich mir nicht vorstellen. Moment, muss ich vielleicht hier zwischen... Ah, aha! Ich hasse das Spiel. Aber auf solche Sachen muss man erst mal kommen. Ich meine, sowohl beim Spiel entwickeln, als auch beim Spiel. Ich werde sterben. Ja, das hat gerade geleckt. Wieso leckt das jetzt gerade bei mir? So, jetzt geht's wieder. Ähm... Ähm... So... Äh, zu schnell. Ähm, okay. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung. Nein, das war der ZU... Auch keine guten St kaleiner Sprung. Uh... Aha... Aha... Spreng. So... Ah, fuck. Was? Er wollte nicht springen. Okay. Es war doch ein kleiner Sprung! So, okay, wieder dazwischen... Moment, Moment... Checkpoint! Warte, hier sterbe ich doch jetzt irgendwo! Ja, es war klar! Ähm... Was ist das jetzt für eine Scheiße? Mhm, mhm, mhm... Ach, Scheiße, genau, vergessen! Ähm... Muss ich jetzt da drauf, oder wie? Ähm... Komm, irgendwas ist hier noch... Ach, das war so klar! Ähm... Ich werde sterben, stimmt. Ähm... Ey, das... Ach, dass man hier wirklich alles denken muss! Aber es wundert mich, dass die hier alles safe sind! So, da ist jetzt wieder... So, dazwischen... Fick dich... Nein! Ach, vergessen! Hm... Hm... Hier kann ich eh wieder so runter... Ähm... So... Weiter, weiter, weiter! Alter! Toll! Was kommt da jetzt? Irgendwas kommt da jetzt! Wie? Was? Das war zu einfach! Moment, wie viel Level gab es eigentlich von Anfang an? Acht oder so? Ich bin jetzt in... Oh ja! Er killt mich wirklich! Death again! That's not fair! Let's send you to the... Ähm... Next Level! Ach so! Das heißt, ich hätte vor ihm abhauen müssen! Und weil ich vor ihm abhaue... Äh... Ey, ich hab das Game gehackt! Yay! Irgendwas kommt jetzt wieder! Äh... Fick dich, Spiel! Fick dich, Spiel! Fick dich, Spiel! Ähm... Äh... Was?! So, da... Jetzt... Äh... Ein bisschen nach rechts... Was?! Wie?! Was?! Ach so! Hier drüber! Stacheln! Boah, Leute! Was mach ich jetzt? Ach, die fallen beide runter! Gut zu wissen! Ich bin doch auf diesen... Beschissenen! So, die fallen beide runter! Dann muss ich jetzt... Äh... Wo sind die Stacheln? Wo sind... Oder das halt! Okay, Gras ist tot! Ähm... Gras gleich tot! Ähm... Okay... Gucken wir hier... Dann kann ich... Was soll das da oben eigentlich darstellen? Dann... Ah, okay... Da falle ich auch... Ähm... Ähm... Warte, beim Gras war ich tot! Das heißt, ich muss warten, bis der Kerl da weggeht! Oder halt wiederkommt, oder was weiß ich! Ach, da bin ich also auch tot! Hm... Warte, bin ich bei dem Gras hier auch tot? Nein, hier lebe ich! Äh... Stacheln! Keine Stacheln! Okay... Das ist überrascht! Ähm... Was macht der Wurm? Entweder kommt er jetzt nach oben, während ich da über ihn springe, oder wenn ich nach rechts gehe... Äh... Rast er auf mich zu! Wir finden es heraus! Finde ich! Äh... Haha! Herz zu gernes Spiel! Ähm... Ich will das Spiel durchkriegen, ohne 200 Tode zu kriegen! Oder es zumindest versucht! Weil, äh... 100 Tode... Hahaha! 100 Tode habe ich weit überschritten! Ähm... Ohne Witz! Das Spiel ist voll der Hammer! Uhuhuhu! Da drauf! Dann kommt das da! Ah... Achja! Vergessen! Scheiße! Okay... 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 Bis hier ist alles safe! Weiter... 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 So! Was? Wie? Hä? Oh... What? Okay... Ah... Ah... Verarscht! Das... Äh... WSure... That... Das kann ich nicht machen? Genau! Genau wovon wir! schwer. So, die Frage ist jetzt, wo kann ich leben und wo bin ich tot? Ähm. Ich würde mal bis hier versuchen. Okay, gut, hier lebe ich, hier lebe ich, hier lebe ich. Ähm. So. Wo lebe ich denn noch? Lebe ich hier? Hier lebe ich auch, hier lebe ich auch. Und ein... Tsch. Das war gruselig, dass es einigermaßen einfach war. Komm, tot. Nein. Tot. Nein. Tot. Ja. Ich wollte schon sagen, ein bisschen gruselig, dass ich immer noch am Leben am Leben war. Ah, ja. Die alte Leier. Irgendwo einfach stacheln oder so. Au. Was? Warte mal. Die Stacheln kommen von da oben und von da unten. What? Was? Was? So, da ist der Block. Der tödliche Block. Der Block des Todes. Und jetzt? Alter. Alter, das war sowas von Lack. Okay. Next Level. Erstmal überchecken, ist hier was? Man weiß ja nicht. Habt ihr da oben den Bomber auch gesehen? Okay. Gras 2, tot. Gras 1, leben. Gucken wir hier. Tot. Ähm. Oh, jetzt sagt nicht, ich... Jetzt sagt wirklich nicht, ich muss das auf den Millimeter... Ich muss das auf den Millimeter genau machen. Scheiße. Weil wenn ich jetzt ein bisschen nach links gehe, falle ich runter und da... auf den Millimeter. What? Okay. Das ist da rum! Das mit den 200 Toden ist gar nicht so einfach. Ähm. Genau. So. Da kommt jetzt... Wo ist der zweite? Egal. So. Okay, wie es aussieht, muss ich da ein... Das mit dem, 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 das